Es gibt noch so viel zu tun, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin überfordert, mein Charakter ist überfordert, aber es geht weiter hier bei Animal Crossing. Bilarion ist voller Aufgaben, es findet kein Ende. Der Asienteil ist weit vorangeschritten, da wird er immer noch gespart für die Rot-Japan-Brücke. Und jetzt in dieser Folge werden wir den Angel-Check, soweit es geht, fertigstellen, gucken, wie wir vorankommen. Und Eier suchen, wir werden ganz viele Eier suchen, zwei Eiertypen fehlen uns noch. Und deswegen müssen wir mal gucken, ob wir die finden, wie wir die finden und wo wir die finden. Keine Ahnung, wir werden suchen. Los geht's! Dann lasst mal gucken. Genau, wir brauchten noch eine Angel. Das muss ich aber gerade mal gucken. Ich muss den Bambus jetzt irgendwo mal irgendwie wegkriegen. Ausrüsten. Haben wir sonst vielleicht die Möglichkeit, das einfach hier vorm... Ja, vielleicht nicht hier gerade am Eingang. Vielleicht hier am Zaun irgendwie. Ich meine, es muss ja nicht alles so bombastisch gut aussehen. Immer dann, wenn ich gerade rüber will, kommt hier ein Geschenk. Warum ist das so? So. Obertrag 2. Bäm. Sehr gut. Und nächste. Komm. Jawohl. Jawohl. Okay. Noch 20 Mal weiter. Schon wieder? Boah. Da hinten. Oh, schnell. Schleuder. Ah, nein. Ah, nein. Ich muss gerade... Ah, schnell in den Garten. Schnell in den Garten. Schnell, 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 schnell. Bäm. So. Dann haben wir das jetzt auch. Passiert echt momentan so viel. Hell Bambusmatte. Oh, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da können wir ja gerade mal direkt gucken gehen. Komm, geh mal gerade mal. Ja. Boah. Sie ist zwar nicht zu Hause, aber egal. Ist ja völlig wurscht. Ich gehe einfach hier rein. Und stelle mich jetzt hier an ihre Werkbank. Vier. Erd, Holz, Laub und Luft. Was hieß jetzt? Ach, was war das denn noch? Ach, Mist. Da. Das fehlte uns noch. Okay. Huch, meine Tasche ist ja voll. Was soll ich damit machen? Äh, tauschen. Tauschen, tauschen, tauschen. Weil dann haben wir jetzt auch soweit alles. Sanddoller legen wir mal wieder hin. Steine können wir gerade noch aufsammeln. Eisenerz auch. Die Muschel ist gerade egal. Oh. Ja, normalerweise sollte man sich ja beim Buddeln. Geil. Beim Buddeln dann auch noch. Oh Gott. Da. Was ist denn bloß los? Es fliegt schon wieder an den Geschenk. Also es vergehen ja gerade keine zwei Minuten. Okay, hier habe ich alles. Oh, da hat es sogar eine Kakerlake gerade. Boah, hier gibt es ja nur Geld. Geil. Sehr schön. Okay, das war es hier an dem Stein. Gehen wir weiter nach oben. Den Baumstupf können wir auch mal weg machen. Brauchen wir auch nicht. Hier wird die Brücke ja erst noch fertiggestellt. Ach, verdammt. Da kommt jetzt auch nichts mehr raus. Ich glaube, wir haben jetzt ja alle fünf Eiersorten. Dann können wir zurück zum Häschen gehen. Und gucken. Ach, den Angel haben wir immer noch nicht. Da hatten wir das Fossil vergraben. Oh, was? Schon wieder? Ich möchte mich dafür bedanken, dass du immer für mich da bist. Ein Asien-Wandschirm? Quatsch nicht. Warte, ich bringe die Eier gerade zurück. Am laufenden Band. Also, liebe Anja, du bist echt dafür verantwortlich, dass dieser Asien-Teil so schnell fertig wird. Das ist Wahnsinn. Äh, wo ist das Häschen? Ja, hallo. Spring in die Boing. Am 12. April ist Häschen-Tag. Äh, Tag. An diesem glücklichen Glückstag komme ich zurück und spiele hier den Alleinunterhalt. Okay. Ja, ich verrate nichts. Ähm. Ach, was war das? Äh, hat er nicht gesagt, dass ich mit den fünf Eiern dann vorbeikommen soll? Oder dass ich die einfach brauche und ich alle... alle Sachen herstellen muss? Okay. Muss ich nochmal genauer gucken, was er da von mir wollte. ähm... Ich muss jetzt gerade erst mal zurück. Ich muss jetzt gerade erst mal zurück. Oh, oh, falsches Haus. Jetzt war ich bei Wolli drin. So, weiter geht's. Hier wollte ich hin. Wir müssen doch gleich mal ein paar Meilen abholen. Äh, äh, so. Äh, so. Muss ich mal gerade mal gucken hier. Das kann ins Lager, äh... Das kann ins Lager, äh... Melch und Zuckerset können auch ins Lager vorerst. Weißziegeltapete. Jetzt gehen wir gerade mal in die Küche. Weißziegeltapete an die Wand. Ach nee. Passt eher zu einem Kellerraum, ne? Auch mal ins Lager. Das Holz. Nehme ich halt auch erst mal kurz raus. So, und jetzt muss ich hier gerade mal gucken. Ich hatte ja Bambus eingelagert. Bambus, Bambus. Frühlingsbambus. In die Tasche. Äh. Lehm. In die Tasche. 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 Oh, Tasche ist voll. Ähm. Moment. Das kann ich leider nicht wegpacken. Mülltunnel kann auch ins Lager. Äh. Feldsteinmauer brauchen wir momentan mal noch nicht. Golderz ins Lager. Okay, Eugen hat uns jetzt schon mal einiges abgenommen an Fossilien. Ja, bitte. Denk dran, dass auch, äh, auch nach den Bastelanleitungen Verste... Was? Ah, ja. Denk dran, auch nach den versteckten Bastelanleitungen Ausschau zu halten. Ich liebe es, Sachen zu verstecken. Deshalb werde ich jetzt bis zum Häsientag fast jeden Tag neue Sachen verstecken. Wenn du alle davon findest und alle verschiedenen Bastelprojekte umsetzt, gibt es eine Belohnung. Ja gut, dann... Lass mal hier weitersuchen. Weiter. Weiter, 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 weiter. Okay, mh... Aber ihr könnt mir noch ein bisschen was abkaufen. Äh, einmal das. Das. Bambuspflanze. Äh, müsste ich... Müsste ich abgeben, eher. Orange. Ein Baum. Ne, das war's in der Tat. 9540 Sternis, alles klar. Dankeschön. Bald wieder, natürlich. Ich komme wieder, keine Frage. So. Lasst uns jetzt gerade mal hier ein bisschen die Meilen alle einsammeln. So. Hier kriegen wir schon mal 150 Fossile bestimmen lassen. Haben wir auch. Für das Fangen von Insekten gibt es Meilen. Kannst du die ganze Fauna-Pedie füllen? Ja, ja, das kannst du ganz sicher. So. Hier gibt es nochmal 500. Ich habe jetzt hier einiges gemacht. Nochmal 500. So. Obstbauer. Woah, tausend Meilen. Neuer Titel verfügbar. Was haben wir noch? Oder was? Nee, hier ist noch. Ach, krass. Nochmal 500. Ja, cool. Dann lass ich es gerade mal hier schnell zum Festplatz. Wir müssen die Meilen ja auch noch ausgeben. Das kann ja nicht so bleiben. So. Haben wir ja eigentlich auch schon die Bewohner irgendwas reingetragen? Ein Ast. Ein Rostbauteil. Eine kaputte Brille. Kellerfaltenruck. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Im Nook-Portal. Jawohl. Erster Tag. 50 Bonus. Nein. Ich habe meine Reihenfolge von... ...von täglichen Abholungen unterbrochen. Mann. Nook-Forn-Gestaltungs-Kit. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Achso, nee. Brauchen wir nicht. Bambuszaun. Der wird echt so gut passen. Aber nein. So. Per Post. Hä? Hatten wir hier nicht? Wo ist denn der Leuchtturm? Da. Leuchtturm 5000. Der ist natürlich schon... Das kommt alles erst per Post. Das ist ein bisschen blöd. Springbrunn. Silo. Ziegelsteinbrunn ist auch sehr schön. Verkaufsstand, Grundwasser, Wellenbrecher. Was bringt das? Eine nur übermaul... Erwerbbare Bastelanleitung zum Verschönern der Insel. Was... Aber was bewirkt das? Das weiß ich nicht. Hm. Ich weiß nicht. Aber eigentlich wäre es Zeit für den Leuchtturm. Wir gönnen uns den Leuchtturm. Ja, bitte. Oh, der Leuchtturm. Den pressen wir dann auch hier. Einfach in den Briefkasten. Äh... Achso, nee. Ich muss zum Bankautomat. Sorry. Ich muss zum Bankautomat. Erfolgs-Service aus... Äh... Bankautomat. Auszahlung. 24.526... 50.000 Sternis. So... Nee, auf Wiedersehen. Also der Kredit kann da erstmal wirklich warten. Weil... Wir brauchen erstmal diese Japan-Brücke. Die müssen wir erstmal irgendwie umsetzen. Und das relativ zeitig. So. So. Mal gucken hier oben. Ja, bitte. Aber klar doch. Wir geben 25... Ach komm. Scheiß drauf. Gönn dir. So. Fehlt dann auch nicht mehr so viel. Tudum. Angel. Die wollten eine Angel herstellen. So. Bim, 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 bim. Ich bin zu ruhig irgendwie hier drin, ne? Ist schon sehr ruhig. Was soll ich tun? Etwas herstellen, bitte. Äh... Oh, nee, wir brauchen... Ah! Wir brauchen das Wasserei noch. Das Wasserei... Brauchen wir noch. Picknick-Set. Sehr cool. Kirsch blüht... Nein! Ich dachte, die fliegen einfach nur so rum. Boah, geil. Okay, wir müssen... Wir müssen... Mal richtig fett farben gehen noch. Äh... Äh... Was brauche ich hier? Holz. Wo ist denn eigentlich? Da. Herstellen. Jawohl. So. Bambusmatte fertig. Alles klar. Boah, wir könnten auch so eine richtig geile asiatische Küche bei mir reinbauen. Würde auch gehen. Richtig cool. Äh... Wollen wir mal gucken? Gucken mal. Ähm... Moment. Warte. Ich weglaufen. So. Weil... Hier... An die Wand... Und dann hier so einen... Aber ich finde, Küchen müssen halt wirklich hell sein eigentlich. Ähm... Nee, das... Das muss so... Das muss so bleiben. Das bleibt so. Komm, das lassen wir mal so. Das sieht so gut so. Okay. Das heißt, das müsste der... Der Bambusteppich... Müsste da noch irgendwo hin? Ich weiß grad nicht, ob der... Achso. Jetzt hatte ich fast die Angel schon wieder vergessen. Hüah! Okay. Ein Dübel. Nummer eins meiner Minifisch-Serie. Insgesamt brauch ich drei Stück nacheinander. Okay. Dann lass mal gucken. Wo ist das nächste Fischi? Der nächste Fischi. Fischi, 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 Fischi. Wo bist du? Keine Fischis hier. Hier ist schon wieder. Ich werde verrückt. Hier ist ein dicker Fischi. Hier ist ein dicker Fisch. Oh, yo! Jetzt übertreiben sie aber auch grad ein bisschen. Oh nein! So. Einmal. Zweimal. Da ist bestimmt schon wieder eine Anleitung drin. Wetten, 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 wetten. Häschen-Tag-Schrank. Geil. Okay. Auch dafür brauchen wir wieder die Eier. Gut. Bis zum 12. April haben wir also Zeit. So. Jetzt brauche ich hier insgesamt noch zwei Fische. Zwei kleine Fische noch. Und. Mal gucken, wo ich die jetzt noch finde. Hier könnte man grad mal noch diese, ähm. Ja. Kochfeuerplatz hier. Wie sieht das aus? Boah, cool. Okay. Das würden wir aber noch woanders hinstellen. Das könnte man vielleicht hier hinstellen. Und dann so drei Hocker davor, oder? Das sieht doch cool aus, bestimmt. Kochfeuer. Hier vor. Und dann so drei, drei Steinhocker. Das sähe bestimmt richtig cool aus. Okay. Äh. Fische, fische, fische. Da ist ein kleiner Fisch. Oh, da komme ich jetzt aber nicht dran. Sekunde. Hä? So. Angel. Zack. Jetzt. Nur noch warten. Ja. Oh, noch ein Döbel. So. Boah, ich höre schon die ganze Zeit dieses Rauschen. Wenn ein Geschenk kommt. Das höre ich jetzt schon, obwohl es gar nicht da ist. Nee, es ist zu groß. Haben wir jetzt keine kleinen Fische mehr hier, oder was? Flipp aus. Da ist doch noch so was kleines. Moment. Hö. Oh nein, das ist zu groß. Oh nein, doch nicht. Ja, dann gehe ich zurück. Da lief doch irgendwo hier rum, der Biber. Der Biberputzelmann. Da. Da. Jo, was geht, du Kugelfisch? Wachsen dir schon die Schwimmhäute hinter den Ohren? Ja. Hab ich. Wenn du die Angel ausgehst, vergeht jedem Lachs das Lachen. Selfie-Time. Oh Gott. Jetzt besonders locker. Irgendwelche Frischfische im Angebot. Und ab. Den. Den. Und den. Wie viel zahlt er denn jetzt dafür? Oh, 825. So ein paar Fische. Aber gut, ich müsste halt wirklich, ähm... Lasse weiteres Sternisch schneien. Okay, sehr gut. Oh, da, 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 da. Kirche. Wo ist der Kirche? Da. So. Schwalbenschwanz. Okay. Jetzt müssten wir noch neun. Neun Kirschblütenblätter. Oh, schade. Okay. Das war's wieder mit dem Wackelkescher. Müssen wir uns wieder neun herstellen. Aber egal, nicht schlimm. Können wir grad noch mit einsammeln. Jetzt kommen wir hier zurück. Der Helsintag ist dieses Jahr am 12. April. Ich freue mich schon ganz drauf, ganz verschiedene Eier zu sammeln. Bestens. Was führt dich zu mir? Oh, ich helfe dir. Wirklich? Ist das dein Ernst? Warum will er jetzt Grashüpfer haben? Das würde mich unglaublich freuen. Okay. Oh, Schamit, deine Nebenaufgabe. Okay, müssen wir mal gucken hier. Oh, jetzt habe ich kein Kächer dabei. Mensch. Okay. Steinhocker platzieren. Steinhocker platzieren. Perfekt. So. Oh, da ist schon wieder ein Geschenk. Nein, ich bin daneben. Jawohl. Okay. So, ein Eierdesign wäre doch nicht schlecht. Oh, das ist die Idee für eine neue Bastelanleitung. Okay. Sehr schön. Alles klar. Dann habe ich soweit erstmal alles gemacht, was ich gerne machen wollte. Zumindest in dieser Folge von Anime Crossing New Horizons. Oh, Gott. Ich habe schon wieder viel zu lange gespielt. Schon wieder. Boah, ich weiß nicht. Zwei Stunden jetzt. Es ist so schlimm. Man kann überhaupt nicht aufhören. Geht euch das eigentlich genauso? Es ist echt schlimm. Man will auch einfach schlafen. Und dann macht man einfach weiter und weiter und weiter. Es ist wie eine Sucht, wirklich. So, Kirschbütenblatt. Was machen wir denn in der nächsten Folge Schönes? Gerade mal reingucken. Was soll ich tun? Etwas herstellen. Okay. Klar. Kirscher müssen wir erstmal herstellen. Einige. Der wäre auch so weit bereit. Waschbottig. Für den Asienteil haben wir, glaube ich, jetzt aber auch alles. Hier fehlt uns noch das Wasserglücksei. Das müssten wir dann noch angeln. Aber sonst haben wir wirklich soweit alles. Ja. Sonst haben wir alles. Paar Lufteischuhe. Luftglücksei-Outfit. Boah, geil. Was ist das? Ein Häschentag-Schrank. Okay, Leute. Das wird richtig gut die nächsten Tage. Richtig gut. Okay. Ich würde sagen, wir lassen das erstmal so ein bisschen auf uns wirken hier mit dem Häschentag. Sammeln auch ein bisschen Eier. Das würde ich erstmal für mich machen. Ohne Aufnahme. Und das nächste Mal haben wir dann schon wesentlich mehr Eier. im Inventar. Und ja. Ich stelle jetzt immer noch ein bisschen rum. Gehe noch ein bisschen an den Strand. Holhe vielleicht noch eine Nasenstrecke hier irgendwo, wenn eine rumspringt. Und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Animal Crossing New Horizons hier auf den Pelarien bei den Häschentagen. Äh, ja. Wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen nach oben. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Oh Gott, ich kann nicht aufhören, Leute. Tschüss, macht's gut. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.